Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Speicherplatz ich noch auf der Festplatte habe. Ah, ich muss eigentlich genug haben, glaube ich. Der Dreiköpfige Hund! Nein! Oh, ich sehe doppelt. Sechs Köpfe. Oh nein. Unschuldig. Unschuldig. Hat nicht ganz was gewirft, glaube ich. Ui, hier Helfer, Kollege. Was ist das? Hat doch sucht. Ist mal nicht so schlau. So, ähm... Hier, machen wir Hundertstel kaputt. Was können wir denn hier mit Mates machen hier? Achso, ne, einfach möchte ich testen. Nein! Ja! Flüchtige! Heute ist es so früh. Oh! Kann auch bloß eine mitspielen. Oh, was ist das? Sagst du? Oder kann man es bauen? Was wird, was wird, was wird? Oh, ich bin so gespannt. Ne Treppe, oder? Ne, ne Harfe. Lola, so viel teilen. Yeah! Ach ja, ach ist das schön. Komm. Und tschüss. Uuuuhh. Uuuuhh. Und auf einmal sehe ich, naja, fast. Oh, Alter. Wenn man hier zugeschüttet wird, den Stein ist ja auch der Hammer, ey. Ähm... Na und was zum Zerstören da. Ja. Ja, sehr schön. So, geh weg. Dankeschön. Geh weg. Dankeschön. Ach ja. Ach ja, das war ja schon wieder so aufregend, liebe Freunde. Oh, da komm ich nicht hin. Na egal. Nein, da will ich noch nicht lang. Ich will erstmal hier. Aber jetzt krieg ich das vielleicht so hin. Vielleicht kriegt das Hermine hin. Wollen wir mal draufschießen? Los draufschießen Hermine. Na, dein nehm nicht. Aber das muss ich doch hier machen. Dein nehm nicht. Tschüss. Oh, jetzt. Puh, okay, ähm... Alter, alles kriegt der Hermine ab, ey. Mann. Okay, die machen wir jetzt ja auch noch fertig. Pum, pum. Ja. Schnauze, sagste. Kriegen wir alles wunderbar hin, ey. Hey, locken wir durch, ey. Ganz entspannend, sagste. Oh nein. Oh nein, wir brauchen den Schlüssel. Uncool. Okay, Fakt ist, wir müssen dann... Irgendwie nach oben. Irgendwie. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also ein paar Steinchen sammeln, ne? Wenn wir was haben, dann haben wir Steinchen. So, den haben wir auch noch. Mal gucken, wie wir gleich... Oh, komm, wahrscheinlich hier? Für Fliegen. Kann ich aber nicht. Hm. Mal gucken. Wie machen wir das hier am dümmsten? Hm. Kann ich den Schlüssel wieder abschießen, oder? Kann ich, kann ich, kann ich nicht. Wenn wir hier hingehen. Nee. Geht nicht, so kann er nicht schießen. Ähm. Nee. Achso, hier. Ah, genau das meine ich. Hehehehe. Lol. Okay, ähm. Dann bin wir schon mal soweit. Ja, komm mir wieder vor. Finde ich ein bisschen blöd, dass man hier so... Also, na gut, was heißt blöd? Das ist so ungewohnt, dass man die Kamera hier nicht so drehen kann. Die Frage ist natürlich, wie ich jetzt diesen Schlüssel hier bekomme. Ja. Ah, ich muss ihn dann mal abschießen. Gucken, wie ich das noch machen muss, ey. Oh, was? Ich bin ein Superpilot. Ah, ich will ihn jetzt abschießen. Ja, geht doch. Hier oben würde ich noch was cooles nehmen. abschießen geschafft und entschlüsselung ja ich weiß nicht wie man das hier machen kann ich habe keine ahnung ist mir auch egal jetzt scheiß drauf in den nächsten raum spiel das könnte schwer werden erst mal einfach mal so rumlaufen dann werden wir gleich noch mal gucken was wir hier machen müssen den kann ich anvisieren auch steht ich muss wirklich schachspielen nicht cool Wurde auch zerstört Zerstör ihn Jetzt wird er gleich wieder zerstört War so klar Nee Er rennt weg, was? Wie geil ist er denn? Rennt, Pam Nein Mein Tod Wie ein schlechter Schafspieler Wenn ich das mal so anmerken darf Die Dame Wie brutal die ist Kann ich hier was zusammenbauen Die Frage ist jetzt, was wir jetzt hier machen müssen Oh, jetzt brauche ich noch was zu sagen Vielleicht brauche ich mir jetzt hier zu Schachfiguren Alter, was habe ich mir hier gebaut Okay Alter, das wäre so geil So eine Mörder-Überschachfigur Das wäre es, ey Vielleicht muss ich mit Ron mal spielen Ich würde die Gegner machen Ja, ich würde die Schachfigur da gerne wiederbeleben Aber Das geht nicht Vielleicht muss ich mich unsichtbar machen Ich habe den schwarzen Stab Ja, zurück zum Ernst Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll Die ersten Züge gingen ja ganz gut Also ich habe verloren Ja Ah, jetzt kann ich wieder machen Lol Schachmat sagst du? Schachmat, Damjuge Oh, jetzt gibt's nur das Oh, damit Oh, damit Oh, jetzt geht's los Oh, jetzt geht's los Oh, jetzt geht's los Angreifen kann ich ihn nicht Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das hier machen Ob wir alles zerstören, so schnell wie es geht Und möglicherweise Bei Möglichkeit nicht treffen lassen Oh Oh, den habe ich nicht gesehen Den habe ich nicht gesehen Ok, ähm Gut, jetzt muss ich mir überlegen Ha Ich habe ihn angefasst Okay, damit habe ich in einem Leben Zum gut Jetzt will ich los Uncool Kann ich das mal so sagen? Mega uncool Jetzt sieht man, wo die hingehen Wenn wir mal schön ausweichen Komm, mach deinen Mega-Kopf Okay, das könnte jetzt leicht schwer werden Ja, du triffst mich nicht Du hast es gar nicht drauf Gut, jetzt hat's Harry irgendwie zerlegt Naja, was sollt So, passiert schon mal Ich habe ihn Oh Junior Oh Tja, schade. Juhu, wir haben es geschafft, Leute. Juhu, 61 Prozent. Ach ja. Und wir haben bald die 350.000 Steine. Alter Schwede, schon über eine Viertelmillion, ey. Neu, bester, 10 Minuten 52, 09. 90 Scheine schon, Geschichte fortsetzen, natürlich. Ach ja, da haben wir den mal schön, nee, Strich durch die Rechnung gemacht, nee. Ach, Dumbledore. Tja, war der Falsche. Lol. Süßigkeiten. Roll ist wieder reingefallen. Oh, das sind ja diese, diese, diese Pastillen. Oh, das war der erste Teil. Mensch. Freunde, wir haben den ersten Teil geschafft. Unglaublich. Ich bin, äh, ich bin begeistert. Yeah. Ja, erster Teil geschafft. Mann, das ging aber schnell, ey. Also gut, wir haben ein paar Folgen sein, aber das ging wirklich schnell. Was ich so sagen, ja. Egal, ich werde das, denke ich mal, alles eh in einer Playlist ballern. Da soll ich die Jahresplitten, aber ich weiß es noch nicht. Aber... Mann, 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 Mann. Erster Teil geschafft. Ich würde sagen, drei Stunden stecken drin oder so. Dreieinhalb? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt alles hintereinander aufgenommen. Und, äh, ja, so ein kleines Spiel. Ja, und... War schon ein cooles Spiel. Also, was heißt wahr? Wir spielen ja noch drei Teile mindestens. Und ich habe auch schon die Teile fünf bis sieben im Laden gesehen. Also, es kann ja noch eine ganze Weile kommen. Also, eine ganze Weile, eine ganze Menge, ne? Guter Deutsch. Und, ja, ich fand es irgendwie amüsant. Ist natürlich jetzt nicht ein Call of Duty oder so. Aber das muss ja auch nicht immer sein, ne? Das muss ja auch nicht immer sein. Das haben wir auch nebenbei teilweise laufen und noch ein paar andere Sachen. Und es muss ja nicht immer so ein High-End-Spiel sein. Okay, Call of Duty gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Aber, na doch, eigentlich schon. Eigentlich ist es schon ein High-End-Spiel, aber... Es gibt wesentlich bessere Spiele, sagen wir es so. Ähm, oder ein Crysis 3. Was ich eigentlich auch noch gar nicht gespielt habe. Ja, und ein paar andere Sachen werden, glaube ich, auch noch kommen. Habe ich auch immer mega Bock zu. Alter Schwede, wie viel wir da mitgearbeitet haben. Unglaublich. Ja, auf jeden Fall hat mir Spaß gemacht, der erste Teil. Ich hoffe, euch auch. Der zweite Kameraderschrecknis ist auch schon auf dem Weg, ne? Also, ich werde dann jetzt gleich, denke ich mal, danach weiter aufnehmen, weil ich habe gerade einen Megabock auf das Spiel. Das ist unglaublich. Unglaublich, sage ich euch. Deswegen, ich habe gerade Zeit. Also, balleig hier alles rein, was ich habe. Bam, bam, bam. Hintereinander weg. Ihr bekommt es natürlich im gewohnten... Rhythmus, also jeden Tag. Ach ja. Und ich versuche hier gerade, das alles noch zu füllen hier, bis das hier alles fertig ist. Special Saints, bla bla bla, Lego Company. Ach ja. Ja. Was gibt es noch zum Spiel zu sagen? Eigentlich nicht mehr sehr viel, glaube ich. Ach so, es hat sich immer noch nicht geklärt, wofür jetzt die Steine, äh, wofür man die jetzt braucht. Die sammelt man, glaube ich, einfach so als Brute. Äh, also als Pugs, die man erreichen kann, glaube ich. So als Hauptpunkte, glaube ich, so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hm. Naja. Ach ja, und das läuft hier alles durch und so. Und ich werde mal einen Schluck trinken, ne. Ich habe da nichts dagegen, weil ich habe ja jetzt hier, ne, das mal eben so durchgespielt, ne. Also, den ersten Teil. Und da kann man sich auch mal was gönnen, oder? So. Bin ich wieder bereit. Aber anscheinend, äh, gibt mir das Spiel noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten fallen. Hey, ich brauche noch ein paar Minuten. Und ein paar Typen. Oho. Hm. Ich versuche gerade mal die Spielhülle zu kriegen, aber das könnte etwas schwer werden. Wenn es gleich poltert, dann wisst ihr Bescheid. Ich versuche, die gerade mit meinen Füßen zu greifen. Oh Gott, und jetzt muss ich die bloß in eine Hand bekommen. Aber das ist, aber ich sehe gerade als schwierig. Nein. Jetzt ist es runtergefallen. Ach, uncool. Ich glaube, das ist was, was ich niemals hinkriegen werde. Wow, wir haben schon 8,4% vom ganzen Spiel. Aber jetzt habe ich die Spielhöhne in der Hand. Ähm, ja, da steht gar nicht, wie das gesplittet wird. Oh, jetzt brauchen die was. Oh, die sind der Hammer, ey. Titi. Oh, das ist aber nicht so stabil, Leute. Das habe ich dann nicht gut gebaut. Mensch, 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 Mensch. So, mal gucken. Ich werde hier erstmal splitten, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.